Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um die Bosch Professional Paneelsäge GCM8SJL. Wenn du noch nicht genau weißt, ob diese Kappsäge für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls noch zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon Angebot zur Kappsäge unten in der Videobeschreibung verlinken, damit du überhaupt weißt, wovon ich hier spreche. Eine Kappsäge ist für Hobbyheimwerker wie auch für professionelle Handwerker ein unglaublich nützliches Zubehör. Besonders bei der Arbeit mit dem Holz ist das eine unglaublich nützliche Maschine, mit der man allerlei schöne Möbelstücke zum Beispiel selber bauen kann. Allerdings gibt es einiges zu beachten bei der Auswahl einer passenden Kappsäge. Bei diesem Modell hier gefällt mir das Preis-Leistungs-Verhältnis gut. Gut, ich bin der Ansicht, dass du hier eine qualitative Kappsäge zu einem fairen Preis erwerben kannst. Aber gar keine Frage, das soll jeder Heimwerker selber beurteilen. Ich kann dir hier wirklich nur ein paar Tipps und Meinungen zu diesem Produkt mit auf den Weg geben. Und ich bin der Ansicht, dass ich eben diese Kappsäge vom Preis-Leistungs-Verhältnis her definitiv sehen lassen kann. Ich finde die technische Ausstattung von dem Werkzeug ist auf jeden Fall gut für den Preis. Aber das soll, wie bereits gesagt, jeder Handwerker natürlich selber beurteilen. Beim Umgang mit der Kappsäge ist auch ganz, ganz hoch die Sicherheit zu beachten. Das muss ich hier in diesem Video unglaublich stark betonen. Denn du glaubst gar nicht, was für Unfälle schon beim Einsatz mit der Kappsäge passiert sind, wenn man eben nicht achtsam umgeht damit. Deswegen solltest du nur mit dem Gerät arbeiten, wenn du top konzentriert bist. Also wenn du krank bist zum Beispiel, solltest du eher davon absehen, eine Kappsäge zu verwenden. Oder generell schwere, gefährliche Maschinen. Und du musst dich natürlich auch gut schützen bei der Arbeit. Und wie bereits gesagt, vor allem ist es wichtig, dass du konzentriert arbeitest, damit du die Sicherheit beim Arbeitsvorgang auch gewähren kannst. Was diese Kappsäge hier anbetrifft, so gefällt mir das Preis-Leistungs-Verhältnis gut. Technische Ausstattung finde ich super, auch das Design kann sich durchaus sehen lassen. Von meiner Seite aus gibt es daher eine Kaufempfehlung. Das Amazon-Angebot zur Kappsäge werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Viel Spaß bei deinen Heimwerker-Projekten. Alles Gute. Ciao.